und heute spielen wir minecraft pocket edition online server nämlich wieder survival games weil ich letztens verkackt habe und zwar ich wollte euch zeigen wie ihr das bekommt survival games wie ihr das alles überhaupt bekommt also wie in ein server einloggen könnt das ich möchte jetzt alles noch zeigen ihr geht da ganz oben rechts einfach auf diesen kreuz mit einem pfeil kann man sagen dann geht ihr da drauf müsst ihr den namen des server was nennen also schreiben ich schreibe schon mal hin zwei games schreibt ihr da einfach mal hin ok hier kommt die ganz normale ip-adresse vom server falls ihr da jetzt ich muss kurz noch mal ganz kurz nachgucken ja ok ich muss mir das alles merken ganz kurz schreibt es gehen warte mal ganz kurz ja sg lbs beschreibt das in 10 bei ip sb fg meine ich punkt lbs g und dann naps und deshalb muss ich jetzt wieder reinschreiben survival games so jetzt seht ihr das habt ihr alles drin diese port das bleibt einfach auf 19.132 also da braucht hier nichts zu ändern das bleibt schon so und dann soll man zufüllen wurde bereit habt ihr den es geht ihr zurück dann habt ihr diesen server hier und jetzt gehen wir rein und spielen endlich so zack nein 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 ich muss schon den server rein ja joining the match also ich bin drinnen der hat sich schon mal ausgerüstet da ist noch eine kiste wie man gerade sieht aber nee ja mal gucken guckt mal da kommen die leute schon rein nice ich gehe lieber nach hier und ich kann mich da jetzt leicht drücken und hier hatte sogar noch glück gehabt schwert bekommen und gefickt ja das ist das das hier das das hier und das hier können wir nehmen und jetzt tun wir das mal nee das kommt nach hier und selber tag so jetzt gehen wir mal oh da ist ein zelt und eine kleine mine die mal ganz kurz rein denn ich glaube mal oh hier ist sogar noch eine kiste das ist ganz ganz toll oh nein alter ich für glück mal gucken weil ich habe ich ja das weg das rein das rein ja das wird dann ganz ganz toll schuldigen mal diese mine ein da sogar noch eine kiste ja das ist eine super ganz 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 so richtig zack so schreiben wir auch noch nein nein übrigens eine eisenachse sogar besser als ein ding schwert als ein gold schwert wollte ich haben ja gold schwert jetzt mir eingefallen ist sogar besser als ein gold schwert und das ist auch so weil ich mein eisen kann ja auch nichts mehr treffen gold ist ja richtig schlecht das wissen noch alle ganz genau aber mindestens noch mindestens ein schwer zu bekommen ist hier gut denn du kannst sogar mit dem gold schwert hier gewinnen das ist ja voll assi alter hacker 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 so ein scheiß hacker ne ja bestatt eine neue runde und wie ihr sieht bin ich wie ip dann bekommen am anfang immer so gute sachen und ich bin wie ip glaube ich für eine woche noch das muss man sich für glaube ich einen euro kaufen ich das geld meine ich jetzt kann wie sein kann man ihr credits kaufen und die dann im shop holen oder neue skins ich bin ganz 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 toll gelaufen das da so ganz leicht wird nice so man hat noch zeit bis man es wirklich los geht dass man schlagen kann geht schon los es geht los ich töte den jetzt den spasti hier diesen heißt killer oder wieder auch heiß ich habe den ersten gekillt das war also der erste von der lobby suche ich mir andere täter andere opfer die auch sterben wollen hier ist eine kiste ja nicht was ich unbedingt nehmen will aber ja egal dass noch eine nicht besser als eine eisenaxt laufen wir mal zu den spielern weil ich sehe dann nehme ich einen namen durch die wand hier ist noch einer ich bin gefickt gegen den kann ich er doch wirklich nicht kämpfen ja ich hasse das die sind immer irgendwie schneller als ich das kann doch nicht wahr sein eh oh my god hier was jetzt los ich bin einfach irgendwie tot was ist klar was ist keine verbindung zu der welt so habe ich keine verbindung zu der welt das ist ja halt stopp